Ein Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem roten Dreitürer Platz. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Tagfahrlicht, Bluetooth und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 140 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017